Wie kannst du alles erreichen und du verlierst beim Erreichen von dem allen deinen Zweck? Und genau das sagt uns Jesus. Das finden wir in Matthäus 16, Vers 26. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei verliert er seine eigene Seele? Jesus, der Mensch, der den Zweck des Menschen kennt, sprach zu uns, denn was wird es einem Menschen nützen? Welchen Nutzen hat es für einen Menschen? Also, was ist ein nützlicher Mensch? Wenn er die ganze Welt gewöhne, aber seine eigene Seele einbüßte. Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Also, Jesus sagt das ja nicht aus, nämlich um zu meinen, dass wenn der Mensch die Welt gewinnt, dann ist es falsch. Nein, 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 das ist ja nicht die Aussage. Denn Jesus selber, er hat die ganze Welt gewonnen. Amen. Er hat die ganze Welt für sich gewonnen. Also möchte er, dass wir auch gewinnen. Er möchte, dass wir auch nutzen, aus all dem, was wir unternehmen, ziehen können. Doch hier heißt es, was gewinnt der Mensch? Ja, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei verliert er seine Seele? Also, das, was Jesus hervorhebt, ist ganz einfach. Dass wenn du deine Seele gewinnst, you will gain the whole world, dann gewinnst du die ganze Welt dabei. Because, denn, now listen to me very carefully, bitte hört mir ganz genau hin, if you gain your soul, wenn du deine Seele gewinnst, if you know the purpose for your existence, wenn du den Zweck deiner Existenz erkennt, you will gain the world. Was geschieht, dann gewinnst du bei dieser Erkenntnis deiner Existenz die Welt. Denn die Welt, die Welt, alles, was es auf der Welt gibt, befindet sich in der Seele. Amen. You see, people are looking for things that are already in them. Denn Menschen suchen nach Dingen, die es schon in ihnen gibt. And so, in trying to look for the things, also in ihrer Bemühung, Dinge zu suchen, they lost their purpose for their lives. Was geschieht? Sie verlieren den Zweck ihres Lebens. Because everything, denn alles, has been placed in your soul. Wurde schon dir in die Seele gestellt. I can prove this to you. Das kann ich beweisen. Ecclesiastic 3, wir schauen uns, Prediger 3, the verse number 11, und zwar Vers 11. Look at what God said. Schaut euch mal Gottes Aussage an. Als er den Menschen schuf, Ecclesiastic 3, the verse number 11, Prediger 3, Vers 11, schauen wir uns an. Er sagt, er hat alles, alles, hat er schön gemacht, zu seiner Zeit. Including you, und ich. Und zusätzlich, also inklusiv, du und ich. Also bitte vergiss es nicht, du bist eine besondere Sache, die aus Gottes Gesinnung abstammt. Also er hat dich schön gemacht. Und zwar zur Zeit Christi. In seinem Tod, in seiner Bestattung, in seiner Auferstehung, hat er dich schön gemacht. Also wir sind in dieser Zeit, unserer Verschönerung. Und das ist nicht alles. Und er hat die Ewigkeit, in ihr Herz gelegt. Amen. Er hat die Ewigkeit, dir ins Herz gelegt. Also alles, wonach du suchst, er hat es schon in dir gestellt. Paulus war ein Mensch des Zwecks. Und deshalb erklärt er in 1. Korinther 3, nämlich, die Welt gehört dir. Wenn du versuchst, die Welt zu gewinnen, dann verlierst du deine Seele. Dann verlierst du den Zweck deines Lebens. Doch wenn du deine Seele gewinnst, die Welt als Ganze gibt es schon in deiner Seele. Und du gewinnst die ganze Welt. So gewinnst du auch die ganze Welt. Die Welt steht dir zu Füßen. Und zwar alles, was es innerhalb der Welt gibt, sie sind unter deiner Macht gestellt. Und genauso kraftvoll sind wir.